Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt den Vertretern der Pfarrer Wattens, die uns als Gastrecht gewähren, hier in der schönen Marienkirche musizieren zu dürfen. Zudem hat sich Dr. Volodymyr Orba bereitgefunden, zweimal einen abendlichen Gedanken in diesen Abend einzubringen. Danke dafür. Zudem hat sich Dr. Volodymyr Orba bereitgefunden, zweimal den Vertretern der Pfarrer Wattens, und 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 zweimal den Vertretern der Pfarrer Wattens, Amen. 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 Was ist das denn? Die erste Kerze anzünden, schreiben, durchhalten, zurückkommen. Verabschieben, was mich bedrückt, loslassen, was mich versäht. Frei werden, um diesen Augenblick mit allen Sinnen bewusst zu erleben. In der Glauben der Herzen schauen, ihren Lieblingswolden, ihre Berne stünden, ihren Blut ein. Die erste Kerze anzünden, ihre Berne stünden, ihre Berne stünden, ihre Berne stünden. Untertitelung. BR 2018 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 Wir tun dies, weil er so begonnen hat, Gott, unser Vater. Er hat zu uns einen Weg bereitet, damit wir zu ihm blinden. Er hat uns ein Licht gesandt, damit wir nicht im Finsternis und nicht im Todes Schatten setzen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Amen. 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 und Musik noch drüber, da wird 2023. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018